Wir sagen euch an den lieben Advent, seht die vierte Kärze brennt. Driving Home for Christmas. In seinem Lied beschreibt Chris Rear, was in den Tagen vor Weihnachten auf unseren Autobahnen und auch hier am Aachener Hauptbahnhof los ist. Menschen sind unterwegs. Sie möchten das Weihnachtsfest mit ihren Familien verbringen. Auch Gott ist unterwegs, zu uns. Driving Home for Christmas, das gilt auch für ihn. Im Johannesevangelium, das wir an Weihnachten hören, heißt es, und er kam in sein Eigentum. Ja, Gott ist Mensch geworden. Er möchte bei uns wohnen, er möchte mit uns leben. Dort, wo wir zu Hause sind, aber auch, wenn wir fernab der Heimat Weihnachten feiern. Also ich werde am 20. Dezember nach Hause fahren und dann geht es am ersten Weihnachtstag zu meiner Freundin, zu der Familie und dann am zweiten zu meinen Großeltern. Ja, ich fahre Weihnachten nur kurz zu meiner Schwester rüber, nach Oberhausen mit der Bahn. Ja, oder nach Essen. Ansonsten kommt mein Sohn, der lebt bei seiner Mutter. Der ist fünf Jahre alt, der kommt dann zu mir, ansonsten fahre ich nicht mit der Bahn. Ganz selten. Mach ich nicht mehr. Ich bin jetzt hier, um meine Schwestern zu sehen. Zu Weihnachten bin ich lieber zu Hause. Das ist mir einfach zu blöd mit dem Verkehr. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr.